Los geht's. Ja. In Carvendel. Auch hier auf dem Berg. Zur Falkenhütte. Bin sehr gespannt. Und freudig erregt. Es geht direkt mal sehr sehr abenteuerlich los. Abseits der normalen Fahrt. Aber da rauszugehen und nicht am Denken zu erfrieren. Ich fasse es nicht, wie viele Leute ihre Namen hören, wie sie zu tausenden, da unten durch die Straßen weg. Ich warte noch, bis die anderen schlafen gehen. Bis ich die Lichter seh. Bleib ich hier am Fenster steh. Denn immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen. Und nicht mehr umzudrehen. Bis ich angekommen bin. Du fragst dich jetzt. Was ist denn eigentlich passiert mit mir? Wir haben's geschafft. Falkenhütte. Gegen 15 Uhr. Ich kämpfe mich auch viel. Noch 2000 Meter. Die liebe Katrin musste leider umdrehen. Ich habe den Knieschmerzen ein bisschen. Und ich versuche jetzt hier in den Giffeln, uns als Team einzusammeln. Hier oben. Auf der Kuppe. Da ist das Ding. 2000. 94 Meter. Wunderschöne. Schön. Jetzt ein schönes Highlight nochmal. Wunderschöner Ausblick. Schau dir mal das an. Denn immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen. Abgefahren und niemand hier oben. Wunderschön. Wunderschön. Dass ich angekommen bin. Bis ich angekommen bin. Oh immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen, und nicht mehr umzudrehen. Bis ich angekommen bin. Oh immer wenn die Wolken ziehen, denk ich daran mitzugehen, Oh, und nicht mehr umzudrehen, bis ich angekommen bin. Hey, wer ist denn da? Guten Morgen. Guten Morgen. Na, haben wir gut geschlafen? Mhm, ich wollte gerade hier kurz noch eine Aufstehszene filmen und dann komm. Alles. Tag Nummer 2 bricht an. Ich bin das Schlimmste, was euch passieren kann. Ihr gebt mir so gern Recht und ich hab deshalb so viel davon. Ich bin das bunte Hologramm eines großen Versprechens. Der Schimmer eines Irgendwann, ich bin das Schlimmste, was euch passieren kann. So, jetzt sind wir hier, mehr oder weniger Halbzeit. Der ganze Tour. Nick Fanzi. Sehr gut. Megaschön. Schaut sich das an, dieser Raum. Und wir haben ne Ganscreme. Ihr seid das Beste, was mir passieren kann. Ich bin der Tunnel und das Licht. Der Überfluss und der Verzicht. Ich bin der nächste Wunsch, nach der großen Erfüllung. Der Schimmer eines Irgendwann, ich bin das Schlimmste, was euch passieren kann. Oh, da geht es auf hier, ey. Diese Frau lässt sich quasi gar nichts anmerken. Dieser mittelalte Mann hat ernsthafte Probleme. Für Berge gute Luft. Und Frau Engele noch nicht. Ja, ich bin da. 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 Ritter Nummer 2. Wir starten wieder durch. Letzter Tag dieser wundervollen Carvangel-Wanderung. Und wir sind nicht länger allein. Unsere wunderbaren Freunde kommen mit uns. Und wir versuchen noch einen Wert, das Gippe-Kreuz zu erreichen. Klar. Ja, ich bin da. Wir sind. Wir sind zum Beispiel. Ja, ich bin da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 We're here. We can't get over here. Oh, we have come so far. I couldn't reach the stars. Oh, no, we stay too far. Too far away. Oh, we have come so far. We couldn't reach the stars. Oh, no, we stay too far. Too far away. Too far away. Ja, 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 ja.